Zobis! Abwenden! Kalender! Es ist soweit! Ich muss mich langsam vorbereiten! Ha ha ha! Haben wir einen Witz verpasst? Warum lachst du? Äh, nee, ich übe für Weihnachten! Okay, nochmal! Hi hi hi! Ey, yo, der quietsch ja ganz schön, der musste bei Kalender hier wechseln, wa? Irgendwas stimmt da nicht. Ha 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 ha! Ich glaub, der kriegt keine Luft mehr! Ho ho ho! Ah, geht doch! Was? Äh, was wollte ich gerade machen? Ach ja, es ist soweit! Ich muss mich... Ich hab ja keine Hobbys, weil wir so viel arbeiten müssen! Pausen hab ich auch nicht! Aber Zobis Videos guck ich trotzdem! Na klar, der ist ja doch abonniert! Na klar, und die Glocke aktiviert! Ja klar, verpasst mir ja kein Video! Na klar! Na klar! Brum, 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 Brum!